Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops 3. Heute im Modus Team Deathmatch. Schade, wurde ich gerade schon getötet. Oh nein nein nein, oh, ja ich auch. Auf dem Combine, ich habe eine Desert Lieblings-Waffe dabei. Und seit ich Prestige 2 bin, ist das meine Lieblings-Waffe. So, hier noch ein Baseballschläger. Ja, den du vorher gezogen hast, so miese. Ja, genauso wie noch die Schlagringe. Das ist so mies. Ja, und du geierst da drauf. Ich versuch drauf zu geiern, weil ich unbedingt welche haben will. Habe nichts. Dann hat der, dann hat der eine Waffenbestechung. Krieg erstmal bei der Waffenbestechung die Schlagringe. Und dann kriegst du ja noch immer... 10 Seiten, ne? Ja, 10 Seiten, 10 Seiten Case. Und dann schreit der einfach nochmal, oh Baseballschläger, ich hätte so ausrasten können. Ich fand's lustig. Ich bin einfach nichts. Alter, ich krieg grad irgendwie mit der Waffen mal nichts. Hat der Typ uns gerade beide weggeschlachtet? Ne, ist echt so. Ach, da oben ist ja einer. Ich weiß. Ich bin durchgeslidet, weil sie bald schon tot waren, als ich hochkam. Ich bin durchgeschlacht. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Hä, ich find hier... Also wenn ich welche finde, sind die in zwei Sekunden tot von irgendeinem anderen irgendwie? oder? Ich komm grad eigentlich ganz gut mit dem Baseball durch. Ja, geil. So, mir reicht jetzt, ich nehm jetzt die IC1. Reiniger hat mich getötet, aber ich hab ihn selbst noch abgeschlachtet. Nice. Hoffentlich. Ich hasse Reiniger. Ich auch. Ich mag die nicht. Danach hab ich fast getötet. Ich hasse halt immer diesen beschissenen Flammenwerfer, das geht mir so auf die Nerven. Ja, genau so wie die Hitzewelle an sich auch. Hm, hab ich noch nicht, also ich hab, wie heißen diese, das sind ja auch so Hitzewelle-artig, aber das sind so komische Aufstellteile. Aufstellteile? Ja, die auch Hitzewelle machen. Nee, die auch Hitzewelle sind. Äh, fällt mir jetzt grad keiner ein. Von welchem Typen denn? Nicht-Typen. Die ganz normalen. Die Geschütze, die aber auch so sind. Keine Ahnung. Oh, den haben wir noch gekürmt. Ich hab's Königsmörder wiederbekommen. Ach, scheiße. So, jetzt reicht's, wir sind jetzt mit der V&K hier drinne. Auf maximalem Level. Ja, das ist bei mir auch nicht so. Dann sollten wir schon mal bisschen was besser hinkriegen. Fuck off, da hätt ich weiter den Weißverschläger in die Presse gehauen. So, jetzt wird erstmal die Schwäbelladung eingesetzt. Ach, scheiße. Kann's irgendwie sein, dass schon wieder über die Hälfte von denen diese schevule Scheiß-Game-Maker spielen. Das kann sein. Game-Maker ist die schissendste Waffe, die es gibt. Vor allem, die kann man auch nicht spielen, die Waffe an sich. Ne, spielen geht ja schon, aber an sich ist die einfach scheiße. Ja, du hast doch probiert ja, dann kannst du ja nicht spielen. Da hab ich wieder von dem Game-Maker geholt. Ja, sicherlich. Aber generell, Shotguns sind immer so eine eigene Sache, meiner Meinung nach. Ich hasse es. Ja, Shotguns sind Spaß. An die Leute, die spielen können, ja gut, aber Shotguns an sich sind scheiße. Ja. Und ich kann's auch nicht spielen. Ich auch nicht. Ich hasse es. Weil ich es einfach hasse, also Sniper, ich liebe Snipen. Ja, bin ich dabei. Und ich krieg hier, ich liebe es einfach, aber erstens, meiner Meinung nach, in Black Ops geht das nicht. Geht schon. Es kann auch sein, dass jetzt, ja, aber es ist schwer, meiner Meinung nach, viel schwerer als zum Beispiel in Battlefield, was vielleicht auch jetzt demnächst kommen wird, weil ich das noch auf Origin-Konto hab. Ja, hol ich mir vielleicht auch noch das Spiel. Dann können wir das ja zusammenspielen. Ja, bin ich dabei. Weil, also, Battlefield, muss ich sagen, ist online echt eins meiner Lieblingsspiele. Oh Mann, oh fucking Kämpfer. Ich find's halt einfach geil, dass man mit... Ach, komm. Also, 12 zu 17 ist in Ordnung. Finde ich in Ordnung mit 7.1.8 HD. Ja, wie viel steht's bei mir? 4 zu 14. Nice, 4 zu 14 bei mir, ne? Ja, gut. Okay, dann. Willst du noch irgendwas sagen? Ne, ciao. Gut, ciao.